hallo ihr lieben heute gibt es keinen senf von mir sondern ein ganz großes dankeschön ich möchte heute danken für 100.000 abonnenten auf diesem kanal in den letzten jahren ist dieser mein kanal zwölf millionen mal angeklickt worden und du warst eine dieser personen und ich möchte dafür danken ja mich freut es total dass in diesem medium youtube meine sachen in dieser mischung aus alltagswissen philosophie glaube bisschen schönheit keine ahnung allgemeine gedanken übers leben bibel dass all diese themen bei dir landen vielen dank für jeden kommentar danke für jeden like ich freue mich sehr über diese möglichkeit danke für 100.000 abonnenten kleiner hinweis noch wenn dich andere sachen interessieren ich habe auch einen youtube-kanal der englisches also wenn du leute aus der ganzen welt kennst denen du das vorschlagen möchtest dr johannes hadl englisch ist noch ein bisschen kleiner der kanal da kannst du mir gerne folgen und es gibt auch einen eden culture youtube-kanal und podcast das ist neues projekt wo es stärker um diese themen rings um die gesellschaft und die zukunft der menschheit geht jetzt damit dieses video jetzt doch nicht einfach nur ein dankeschönes möchte ich auf eine kurze frage antworten die ich immer wieder gestellt bekommen und das ist die johannes wie bereitest du dich auf vorträge und talks vor und ich möchte kurz dir erklären wieso mein eigener kreativer prozess ist für den fall dass du selber auch von menschen sprichst oder videos aufnimmst oder so für mich ist das wichtigste eigentlich das was im verborgenen geschieht ich werde mir so in drei oder vier schritten sagen wie mein prozess aussieht das erste ist ich bin eigentlich in einem beständigen modus sachen aufzunehmen also ich lese ziemlich viele bücher ich höre mir selber auch videos oder podcasts an von anderen ansonsten so klassische medien wie fernsehen oder youtube und tik tok konsumiere ich nicht viel sondern eher gezielten paar kanälen denen ich folge und ich lege also ich lese gerne richtig schwere bücher also harte kost aus der philosophie ich lese sehr viel aus der bibel das meine wichtigste lektüre und ich unterstreiche mir immer sachen und schreibe mir an den rand gleich mit ausrufezeichen zb z für zitat oder d für definition oder bsb für beispiel also dass ich praktisch wenn ich ein buch später wieder zur hand nehme schnell schauen kann aber doch dieses spannende zitat drin und bei büchern die mir besonders wichtig sind mache ich schon ein exerbt das heißt ich schreibe mir die wichtigsten sachen raus in einem dokument und ich arbeite ganz viel mit der normalen notizen app auf meinem handy oder auch auf dem computer so dass ich wenn ich zu einem thema was interessantes gelesen habe manchmal schon die notizen app überschreibe ja zum beispiel mit dem thema hoffnungslosigkeit ja und dann sammle ich da rein und wenn ich in anderen büchern oder wenn mir eine irgendwie ein gedanke kommt dazu dann pflege ich den auch gleich in diesen notizen app ein also das ist die erste stufe von meinem inneren prozess das ist sammeln und mir kommen oft wirklich ideen mitten während des tages und deswegen nutze ich wirklich diese notizen app früher hatte ich so kleine notizbücher die ich immer dabei hatte das geht natürlich auch heute mache ich es digital so dass ich eigentlich immer am sammeln bin zu irgendwelchen themen die mich gerade umtreiben ich lasse mich dabei durchaus von meinen persönlichen vorlieben leiten also irgendwie das was mich interessiert über das spreche ich auch gerne dass der erste und wichtigste teil der zweite nicht der wichtigste der zweite ist noch wichtiger dass einer der glaube ich bei vielen menschen ja nicht so stattfindet ich verbringe ganz viel zeit in der stille das ist zum einen einfach rein physische stille so die abwesenheit von input das ist zeit die ich in der natur verbringen das ist für mich aber auch kontemplation und gebet das bedeutet einfach im hier und jetzt zu sein im dialog mit gott zu sein und mit abstand die wichtigsten und auch die meisten die meisten und die wichtigsten ideen kreativen ideen die ich hatte für vorträge für talks kommen in dieser zeit und zwar nicht dass ich mich hinsetzt und sage jetzt denke ich intensiv nach über das thema hoffnungslosigkeit sondern ich bin eigentlich in einem ich du gespräch ich bin am herz zu herz mit gott und dabei auch ganz bei mir und in der stille und indem ich eigentlich los lasse all meine ambitionen und all meine pläne worüber ich sprechen soll kommen mir erstaunlicherweise oft wichtige ideen und jetzt ist die gefahr das natürlich dann gleich zu verarbeiten weil dann ist meine stille zeit vorbei deswegen habe ich ein system das nur abzulegen also ich schreibe mir das dann oft habe ich oder in der regel habe ich das handy nicht bei mir wenn ich in meiner gebetszeit bin ich mache das dann als papier dass ich einfach aufschreibe oder ich verwende mein ipad wo sonst keine sozialen medien oder irgendwas drauf sind aber meine notizen app schon das heißt manchmal schreibe ich gedanken dann auch da direkt rein und dieser zeit die zeit der stille der einkehr viele stunden jeden tag mindestens eine stunde zwei stunden am liebsten vier stunden je nachdem was so geht aber ich habe viel zeit in der stille das sortieren sich die gedanken und da kommt tiefe und substanz hinein und jetzt bei vorträgen die mir sehr wichtig sind wie jetzt habe ich auf dem meer gesprochen hatte ich viermal gesprochen sind es monate wo das in mir wächst und reift es gibt einen richtig großen unterschied ob man nur seinem kopf spricht oder ob das aus dem herzen und sogar aus dem bauch und sogar vielleicht aus dem geist gottes kommt ich möchte es nicht sagen geist gottes spricht doch nichts klingt so verrückt aber einfach es gibt inspirative quellen von oben die ja für die man verfügbar und offen sein kann soll das zweite schritt der dritte schritt ist der eine argumentative struktur also ich bin der meinung menschen hören dann gerne anderen rednern zu wenn die redner ein klares argument haben und das auch vorbringen und oft machen wir uns zu wenig gedanken was ist genau die these ist übrigens auch bei doktor arbeiten bei seminar arbeiten an der uni oft das problem dass leute anfangen zu schreiben oder in der schule auch im referat anfangen was vorzubereiten ohne erst sich zu denken sich zu überlegen was ist denn die these die ich vertreten möchte ja ich habe eine referat in der schule zu halten über 30 jährigen krieg was ist denn erstmal meine these was meine aussage so und die aussage die gilt es dann zu entfalten für mich leitend ist der spruch was ich nicht in einer minute sagen kann kann ich auch nicht in einer stunde sagen das heißt das zu kondensieren das so verdammt das runter zu dampfen praktisch auf die essenz von dem was ich sagen will das ist die haupt gedankliche arbeit das heißt ich muss diese notizen die ich mittlerweile gesammelt habe oder bibelstellen zitate gedanken von mir beispiele die muss ich verdauen die muss ich immer wieder lesen mit dem muss ich wieder schwanger gehen da gehe ich im wald spazieren und auf einmal erkenne ich warte mal das ist doch aus dem argument folgt doch das das ist der dritte wichtige schritt wo ich die argumentative grundstruktur runterschreibe also am schluss muss bei einer wirklich guten argumentation bei einem vortrag muss klar sein aus a folgt b und wenn b zutrifft gibt es zwei möglichkeiten c oder d und ich argumentiere jetzt warum b das richtige ist und nicht c und zeigt es anhand eines beispiels so ist eine gute argumentative grundstruktur und es ist denkarbeit ist viel wichtiger als rhetorik durch rhetorik kannst du nicht so überzeugend wirken wie dadurch dass du einfach ein gutes argument machst dass du rüberbringst rhetorik und so sind wir dann eigentlich erst am vierten punkt der vierte punkt ist für mich ist wichtig gibt es ein beispiel eine geschichte ein inneres bild anhand dessen ich meine geschichte entwickeln kann ich habe in den letzten jahren mit einem kinderbuch viel gearbeitet zum beispiel das heißt der bär der ein bär bleiben wollte ja oder gibt es ein beispiel anhand dessen ich was entwickle ich male irgendwie ein flippt auf die flippscharten baum und anhand von dem baum erkläre ich ein prinzip also wir menschen sind metaphorische bildhaft denkende wesen und deswegen ist mir beim vierten schritt sehr wichtig habe ich ein bild anhand oder eine geschichte anhand derer ich sozusagen meine argumentation entwickeln möchte ist dir aufgefallen dass es auf diesem kanal keine werbeunterbrechungen gibt das ist tatsächlich die einzige denn dieser kanal trägt sich zu 100 prozent durch spenden wenn herausfinden willst wie du unsere arbeit unterstützen kannst unten in der video beschreibung außerdem kannst du auch kanalmitglied werden dann hast du zugang zu über 60 stunden zusätzlichem material und unterstützt uns dadurch auch hier findest du infos dazu jetzt viel freude weiter mit diesem video und der fünfte und letzte schritt der ist dann ziemlich offensichtlicher das einfach der ich bringe das in eine finale struktur ich schreibe mir mein skript ich versuche möglichst frei zu sprechen aber ich habe so stichpunkt zettel wo das wichtigste draufsteht digital und ich mache eine präsentation dazu oder ich überlege mir wie setze ich medien ein ich bin großer fan davon visuelles einzusetzen jetzt hier bei hatlsenv oder hier wenn ich einfach ins handy sprechen nicht aber wenn ich auf der bühne stehe mache ich das immer und dann natürlich sozusagen das aus ausstaffieren und der sechste und letzte punkt ist jedenfalls wenn ich über geistliche themen spreche ist vielleicht jetzt anders wenn ich weiß ich nicht über etwas eher philosophisches oder so spreche wenn ich geistlich was geistliches spreche oder wenn ich auf eine bühne gehe dann bereite ich mich persönlich im gebet vor dass ich nicht aus einer motivation von leistung also ich muss jetzt irgendwie toll sein oder auch nicht aus klugheit ich muss ein ganz toller sein alle müssen jetzt checken dass ich ganz klug bin weil das ist ja das also wenn ich nur aus dem kopf spreche dann erreicht nur den kopf aber ich möchte eigentlich zum herzen sprechen und dazu muss ich verbunden sein mit meinem eigenen herzen und auch verbunden sein mit gott also auf jeden fall wenn es ein geistliches ding ist ja wenn ich nicht einfach als lehrer oder philosoph oder so irgendwie spreche sondern auch als 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 mensch über den glauben spricht und dann verbringe ich wieder viel zeit im gebet und bete tatsächlich dass das gott meine worte verwendet um sie auf die herzen der menschen zu schreiben und diese geistliche vorbereitung die ist mir persönlich sehr sehr wichtig möchte abschließen für mich bei all den büchern die ich gelesen habe und ich habe ein paar gelesen es gibt nichts was für die art und weise über das leben nachzudenken und zu sprechen wichtiger ist als tatsächlich intensiv die lektüre von der bibel die bibel ist das wichtigste buch der menschen als geschichte ist das wichtigste buch für mich und sich funktioniert aber nicht wie ein telefonbuch ist es nicht immer so adaisen argument ist hole ich raus sondern die bibel ist eher eine welt in die man eintaucht in der man spazieren geht wo man nach sind nach schmeckt wo man fragen hat wo vieles unklar ist wo sich manches erst im kontext erschließt und manches bleibt auch unklar und ein text der im dialog mit gott in der stille im gebet eigentlich erst klar wird und auch nur ansatzweise klar wird und deswegen möchte ich schließen mit dem gedanken für mich ist die persönliche auseinandersetzung mit mit der heiligen schrift die wichtigste quelle von dem wie ich wie ich spreche und wenn du jetzt zu hast und eben mit glauben und religion eher nichts anfangen kann dann würde ich sogar argumentieren auch in anderen wissenschaften eben zum beispiel eine philosophie ist die saubere intensive arbeit an einem text in dem man spazieren geht sich auskennt um den man ringt ja den man befragt die man dreht und wendet ist eigentlich die wichtigste kompetenz um auch argumentieren zu lernen um gedanken klar formulieren zu können auch von verschiedenen seiten beleuchten zu können so das waren einfach nur ein paar gedanken was banales zum abschluss diesmal das ist nicht hartel senf sondern mir hat jemand hartels jagatee geschenkt so also deswegen ist die erste folge hartels jagatee heute ist übrigens keine bezahlte werbepartnerschaft ich habe noch nie eine bezahlte werbepartnerschaft gemacht hartel senf gibt es leider auch nicht zu kaufen einfach nur ein dankes video für hunderttausend abonnenten und ich freue mich wenn wir uns hier auf diesem kanal wieder sehen man kann diesen kanal auch wie heißt das nicht abonnenten sondern genau mitglied mitgliedschaft man kann einen kanal mitgliedschaft auch machen dann muss man was zahlen dafür aber hat zugang zu ich glaube mittlerweile sind es 80 zusätzlichen vorträgen zu unterschiedlichen themen falls euch das interessiert jetzt wünsche ich euch von herzen einen wunderschönen tag und danke dass wir uns hier auf youtube hoffentlich weiter verbunden bleiben werden und übertreibt es nicht mit dem hartels jagatee fällt mir jetzt nichts kluges mehr dazu ein bis zum nächsten mal adieu